Er ist im ersten Einsatz gerufen worden, da sollen Terroristen hier das Viertel angegriffen haben. Wir wissen noch nicht genau wo. Ein Kollege ist schon da, ein Polizeikollege. Aber wo sind die Leute? Haben sie was gesehen? Okay, da hinten. Da hinten war was. Jetzt steigen wir kurz da rein. Ups. Da habe ich gerade einen Kollegen überfahren. Was ist da hinten los? Da gibt es Explosionen. Alter. Oh Gott. Die haben einen Raketenwerfer. Da habe ich noch einen Kollegen. Achtung, Raketenwerfer am Start. Wo ist das Typ? Hier. Alter. Neben mir hat der Raketenwerfer explodiert. Oh Gott. Da müssen noch mehrere Leute am Start sein. 2-4, Locking R2. Der Raketenwerfer ist nicht zu spaßen. Wir gehen mal hinter das Haus. Da können wir von der Seite noch angreifen. Die Polizeikollegen sind noch am Start. Hier noch ein Kollege. Alter, das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Auf McDonaldsstraße. Seht ihr noch jemand? Haben sich die selber in die Luft gesprengt mit ihren Raketenwerfern. Ich glaube, das war es soweit. Da ist noch ein roter Punkt auf der Karte. Alter, da kommt jemand. Oh Gott. Ah, genau. Ah, Mann. Hat er mir noch überfahren hier. Ohne Helm ist das natürlich nicht so cool. Ah, wie ihr ihn da wisst. Machen sie raus. Eine Dame mit der Pistole. Waffe fallen lassen. Waffe fallen lassen. Ich will dich jetzt töten lassen. Okay. Ich glaube, die will nicht. Ich glaube, das war es. Was für ein Einsatz. Sieht aus, wie wir auf dem Kriegsschauplatz sind. Helm habe ich auch verloren. Und ich glaube, jetzt kommt noch die Reitsche Bahn. Pünktlich wie immer. Aber dann geht ja. Oh, Kollege, steig ein. Fahren wir weiter. Okay, da bleibst du noch ein paar Runden im Kreis. Kann man machen. Komm rein. Er ist ja erst einmal zu dumm zum Einsteigen. Gut, jetzt ist er drin. Die Kollegen, ich habe hier noch einiges aufzuräumen. Wir fahren aber wieder zurück zum Revier, würde ich sagen. Nur wenige Minuten später. Ich bin hier, Dispatch. Ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Adam 6, copy. Ich werde es sehen. Wir sind noch gar nicht beim Revier angekommen. Ist schon der nächste Einsatz reingekommen. Alter, heute geht es wieder ab. Auf jeden Fall ein bewaffneter Überfall auf einer Bank. Okay, wir sind gleich bei der Bank angekommen. Wir müssen noch ein paar Verkehrstaufen runter schießen. So, wo steht der Typ? Ich muss noch einen Helm anlegen. So, Helm ist wieder drauf. Wir rücken mal vor, würde ich sagen. Alter. Oh Gott. Er ist schon da. Lass die Waffe fallen. Oh, das ist doch so ein Roboter-Typ. Lass die Waffe fallen. Alter. Okay. Es sind noch mehrere Leute beteiligt. Also noch einer mit einer Waffe. Alter. Fahrt jetzt schon wieder aus hier. Wo ist er jetzt? Irgendwo da hinten im Gebüsch. Die Kollegen sind auch schon da. Alles raufballern, was geht. Wo versteckt er sich? Mann, 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 Mann. Draufhalten. Da ist er. Oh, der Kollege ist da. Oh, jetzt hat er mich wieder gesehen. Ah, stirbt der Händler mal. Das gibt's doch gar nicht. Oh, nachladen. Mann, 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 Mann. Der ist aber hartnäckig. Hier kann man genug Munition dabei. Lebt der überhaupt noch? Entweder ist es unbesiegbar hier. Alter, Schöne. Kommen wir zu euch, Jungs. Er macht nicht mehr viel. Lebt er noch? Oder hat er keine Munition mehr? Oder was? Ist er los? Geben sie auf. Geben sie auf. Alter. Er wird aufgestanden. Oh, Gott. Er hat keine gute Deckung. Alter, geh doch mal down jetzt. Versuch mal von der Herstelle noch. Okay, hat mich gesehen, hat mich gesehen. Er zieht sich zurück. Er haut ab. Er ist jetzt um die Ecke gegangen. Oh. Hat den Polizisten getroffen. Oh, ich trau mich hier nicht. Versteck mich da hinter meinem Panzerwagen. Alter, was ist denn das für eine lange Schießerei hier? Das gibt's doch gar nicht. Kollege hat er getroffen. Oh, er kommt näher. Er kommt näher. Geh doch mal down hier. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Wir sehen nicht. Er kommt hinter den Polizisten. Jetzt geht er wieder Richtung Bank. Alter, der Typ. Vielleicht können wir das Wauzeug in die Luft springen. Oh, Mann. Oh, Mann. Wo ist er denn? Wo ist er schon wieder? Ich sehe ihn nicht. Alter. Der Helikopter ist auch da mittlerweile. Oh, er ist sehr nah. Oh, Fahrzeug ist in die Luft geflogen. Das Typ ist unbesiegbar. Das gibt's gar nicht. Gebt doch mal auf. Oh Gott. Oh Gott. Der verfolgt mich, der Typ. Oh, er hat schon wieder eine Explosion gegeben. Alter, der hat einfach unendlich... ...unendlich Energie. Oh, er hat schon wieder einen Polizisten-Wagen explodiert. Wir brauchen nochmal Unterstützung. Ich glaube, wir haben ihn. Gott. Ja, wir haben ihn. Alter, war das eine lange... ...Geschichte hier. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Mann. Leute, Leute, Leute. Wer macht das was mit? Oh, Mann. Ordentlicher Schaden wird entstanden hier. Bank hat jetzt, glaube ich, nicht ausgeraubt. Einige Polizisten-Wagen sind... ...draufgegangen. Einige Leute wahrscheinlich auch. Oh, hier sieht aber alles noch gut aus. Tresor ist noch zu. Wunderbar. Gut, da gibt es einiges aufzuräumen. Wenn ihr das Video wieder gefahren habt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein. Und tschüss. Und das ist auch immer noch nicht, was revolutioniert. plusne. Untertitelung des ZDF, 2020